5.000 Jahre So lange benutzen wir Menschen bereits Geld. Würden Sie ein Handy verwenden, das 5.000 Jahre alt ist? Oder runzeln Sie schon die Stirn, wenn Sie einem Telefon mit Wählscheibe begegnen? Würden Sie sich mit einer Methode behandeln lassen, von der man seit 5.000 Jahren weiß, dass sie nicht funktioniert? Vom Adalas weiß man das seit einigen hundert Jahren. Was würden Sie denken, wenn ein Arzt Sie damit behandeln wollte? Andererseits benutzen wir Menschen offenbar gern Methoden, die zwar wenigen ein Vermögen einbringen, aber nicht den versprochenen Nutzen. So versuchen wir seit mehreren tausend Jahren mit Waffen Frieden zu schaffen, mit Zwang Freiheit und Geld so zu verteilen, dass jeder davon leben kann. Liegt es tatsächlich nur daran, dass die Besitzenden und Herrschenden genau daran interessiert sind, dass das nicht gelingt? Oder erzwingen Sie seit eben dieser Zeit die Verwendung von Geld genau deshalb? Geld Seit 5.000 Jahren Ist ja so erfolgreich, auf diese Weise Güter zu verteilen. Aber erfolgreich in was? Die Verhältnisse sind bekannt. Ende 2020 besaß 1,2% der Weltbevölkerung 47,8% des weltweiten Vermögens. Rund 53% der Weltbevölkerung besaß hingegen lediglich 1,1% des weltweiten Vermögens. So oder so ähnlich setzt sich das in jeder Größe fort. Global, kontinental, national, regional und kommunal. Wer sich das mit den Prozenten jetzt nicht so genau vorstellen kann, der nimmt ein einfacheres Beispiel. Nehmen Sie an, das sind 100 Leute und 100 Kekse. Keine besonderen. Nehmen Sie Butterkekse. Oder die mit Schokolade und bringen Sie mir welche mit. 1,2% ist ungefähr 1. Also bekommt einer der 100 Menschen 50 Kekse. Die Hälfte. Weil 47,8 sind auch fast die Hälfte. Die nächsten 12 Menschen teilen sich 37 Kekse. Bei den nächsten 34 Menschen wird es mit ganzen Keksen schon schwierig. Sie teilen sich 12 Kekse. Die restlichen 53 Menschen teilen sich ungefähr einen Keks. Übrigens genauso wenig zu gleichen Teilen. Aber Geld schafft ja Vertrauen, lautet das indoktrinierte Vorurteil. Erstaunlich. Denn nirgendwo sonst gibt es mehr Neid und Misstrauen, als genau dann, wenn es um Handel und Finanzen geht. Nirgendwo sonst gibt es mehr Betrug. Über 90% aller Verbrechen sind auf Geld als Ursache und Motivation zurückzuführen. Inklusive Mord. Über 800 Millionen Menschen weltweit hungern. 760 Millionen leben unter der Armutsgrenze. 2017 haben weltweit 695 Millionen von weniger als 1,80 Euro pro Tag gelebt. Das sind ca. 54 Euro im Monat. Ja, ich weiß, die Presse jubelt, die Zahl der Ärmsten geht zurück. Statistisch zumindest. 1990 steckten 2 Milliarden Menschen in der Armutsfalle. 2015 waren es nur noch 706 Millionen. Und das, obwohl sich die Weltbevölkerung seither verdoppelt hat. Ja, da gibt es einen Zusammenhang, auf den gehe ich an anderer Stelle ein. Das reichste 1% ist übrigens auch reicher geworden. Und die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich weiter vergrößert. Wie passt das jetzt zusammen, wenn es doch weniger Arme gibt? Was genau hat sich da verändert? Die Reichen haben von ihrem Reichtum übrigens nichts abgegeben. Also erstens gibt es da statistische Tricks. Je nachdem, ab wann man einen Menschen für arm erklärt. Zweitens gibt es finanzielle Tricks. Die Weltbank hat vom schlechtest gestellten Teil der untersten 50% der Weltbevölkerung, also die, welche sich noch weniger als einen Keks teilen müssen, ein bisschen was weggenommen und das einigen Ausgesuchten der geringstfügig bessergestellten Menschen zugeführt, denen es dann mittelfristig nicht schlechter ging. Und das wertete die Weltbank als Erfolg, weil sie sich im Durchschnitt etwas besser halten konnten als diejenigen, welchen von ihrem bisschen noch was weggenommen wurde. Derart erbärmlich agiert das herrschende Geldsystem. Und die Kapitalisten haben ausnahmsweise recht, es gibt kein besseres. Also welchen Erfolg bringt die Verwendung von Geld jetzt genau? Klar, wir haben Fortschritt. Das sind moderne Autos, deren Antrieb sich seit über 100 Jahren nicht verändert hat, strahlende Überwachungsgeräte in Form von Handys, krankmachende Arbeitsplätze und Lebensmittel, eine krankheit erhaltende, umfassende, moderne medizinische Versorgung und dieser Fortschritt will natürlich bezahlt sein. Ich denke, der Fortschritt wäre größer, wenn nützliche Entwicklungen nicht durch den Patentschutz verschwinden würden, der vor allem Profite für die Eigentümer sichert. Wenn es darum geht, jedem Menschen die Möglichkeit zu bieten, einigermaßen angenehm zu leben und dieses Leben auf natürliche Weise zu beenden, ist die Benutzung von Geld ein gewaltiger Fehlschlag. Nicht umsonst ist der Mensch die einzige Spezies auf diesem Planeten, die Geld verwendet. Oder halten Sie die Natur etwa für dämlich? Geld ist darin erfolgreich, die Menschen zu spalten und wenige über viele zu stellen. Es schafft von sich aus Armut und Reichtum. Es ist der Grund für Umweltzerstörung, Verbrechen, Hunger und Krieg. Kriege werden übrigens um Rohstoffe und Märkte geführt, nicht um irgendwem Freiheit oder Frieden zu bringen. Menschliche Arbeitskraft wird in diesem Bezug ebenfalls schlicht als Rohstoff gesehen. Auch Umverteilungen, soweit sie je stattgefunden haben, sind und waren sinnlos. Warum erfahren Sie in meiner Serie über Geld? Was meinen Sie? Ist es Zufall, dass alle Konzepte gesellschaftlichen Zusammenlebens, die keiner Tauschlogik folgen, lächerlich gemacht und mit allen Mitteln bekämpft werden? Weil man ja ohne Geld nicht leben kann, wie wir seit 5000 Jahren sehen. Oder nicht leben sollen? Für mich stellt sich eher die Frage, wie wir so lange mit Geld überleben konnten. Die Verwendung von Geld ist damit erfolgreich, Dinge und Situationen zu schaffen, die mindestens 90% der Menschheit nicht will. Ist es nach 5000 Jahren schlechter Erfahrung, nicht an der Zeit, damit aufzuhören? Ist es nach 5000 Jahren nicht auch an der Zeit, den Glauben an eine wohlwollende Obrigkeit aufzugeben? Ach so, Sie fragen sich, was dann? Sie meinen, wir machen besser so weiter wie bisher, bis wir uns alle gegenseitig ermordet haben, die Erdoberfläche für uns unbewohnbar gemacht und überlegen uns dann was Neues. Ja, das klingt nach einem richtig guten Plan. Ich hätte da noch einen anderen. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen das besser können. Und ich möchte anregen, dass wir genau über diese lächerlichen Konzepte reden und statt Geld das Leben in den Mittelpunkt unserer Pläne für die Zukunft stellen. Als nächstes Papa Untertitelung des ZDF, 2020